Hi, mein Name ist Gilles. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's um Signaturdüfte. Aber erstmal klären wir, was ist überhaupt ein Signaturduft? Wie findet man den einen richtigen, wichtigen Duft für sich? Beziehungsweise, wie bin ich zu meinem oder meinen Signaturdüften gekommen? Genau genommen geht es heute um drei Düfte, die unglaublich wichtig für mich sind. Und in diesem Video möchte ich euch gerne meine Geschichte zu diesen drei Düften erzählen. Wir haben es, diese Düfte geschafft, so wichtig für mich zu werden, meine Signaturdüfte zu werden. Und vielleicht kann meine Geschichte auch euch dabei helfen, euren eigenen Signaturduft oder Signaturdüfte zu finden. Finden wir es heraus. Was ist ein Signaturduft? Für mich ist ein Signaturduft ein Duft, den man mit dir assoziiert, der deine positiven und auch sehr positiven Charaktereigenschaften, niemand hat schlechte Charaktereigenschaften, der die widerspiegelt, den du regelmäßig trägst, der zu allen Anlässen passt. Ein Duft, in dem du dich einfach wohlfühlst. Für mich ist ein Signaturduft auch ein Duft, den man das Ganze ja übertragen kann, der sehr universell ist, sehr versatil, der nicht zu speziell ist und auch nicht zu dominant. Bedeutet, zuerst solltest du kommen und erst danach der Duft und nicht umgekehrt. Wie habe ich meine Signaturdüfte gefunden? Ich habe gelebt. Ich habe mehrere Phasen in meinem Leben durchlebt. Ich war sehr viel weg, habe sehr viel Party gemacht. Ich habe studiert. Ich habe dann mein Studium doch irgendwie absolviert. Ich habe mich neu verliebt. Und diese drei Düfte haben mich durch die verschiedenen Phasen begleitet. Und das Interessante ist, ich habe nicht aktiv nach diesen Düften gesucht, sondern diese Phasen, diese Lebensabschnitte, die haben irgendwie dafür gesorgt, dass die Düfte zu mir gekommen sind. Mein erster Signaturduft, das war der Sunman von Jill Sunder. Und der wird mich immer an die jugendliche, kopflose Partyzeit erinnern, in der ich in den Tag hineingelebt habe, in der ich einfach nicht erwachsen werden wollte. Ich war viel unterwegs, war auf vielen Konzerten und habe einfach das Leben genossen. Ganz einfach mir kaum Gedanken gemacht, keine Pläne geschmiedet. Und das kann man natürlich mit diesem Duft hervorragend, weil er riecht nach Spaß. Er riecht nach einer Party. Er ist frisch, fruchtig, süßlich, cremig, leicht, aquatisch. Und ich kann mir keinen Duft vorstellen, der um die 20 Euro, weil so viel kostet er ungefähr, der diesem Duft das Wasser reichen kann. Ich habe ihn das ganze Jahr über getragen, mehrere Flaschen gekillt. Und er wird mich immer an diese wilde, geile, kopflose, tolle Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich zum Glück irgendwie doch noch die Kurve bekommen habe. Mein erster Signaturduft, Sun Man von Jill Sunder. Mein zweiter Signaturduft war der La Nuit de L'Homme von Yves Saint Laurent. Das war eine Zeit, als ich angefangen habe, mich für Düfte zu interessieren. Auf YouTube bin ich dann auf diesen Duft gestoßen. Der war in so vielen Top Ten Listen damals drin. Das war so 2012, 2013. Das war so der Panty-Dropper-Duft. Natürlich musste ich ihn testen, habe ihn auch sofort gekauft. Und ich liebe zwei Duften unten. Das ist Kardamom und Bergamotte. Und gerade in der Kombination, finde ich, besonders hier in dem Duft, kommen noch Zedernholz, Tonkarbone, ein bisschen Vetiver hinzu. Und das riecht elegant. Es riecht männlich. Aber es ist auch verführerisch, leicht putrig, sehr modern, zeitlos. Und es ist einfach ein Duft für den Mann, der doch irgendwann einmal reif erwachsen werden möchte. Und da ich auch frische Düfte liebe, habe ich mir für den Sommer die Frozen Cologne Variante gekauft. Duft, leider wurde der Duft, warum auch immer, eingestellt. Und hier ist die Bergamotte in der Kopfnote noch ein bisschen aufgedrehter. Und ich finde, die Kopfnote, es ist eine der besten Designer-Kopfnoten, die ich in meinem Leben gerochen habe. Kardamom und Bergamotte. Prickelnd, aber man hat immer noch diese pudrige, schöne, dunkle, süßliche La Nuit de L'Homme DNA. Das ist für mich eine Duft-DNA. Die wird mich mein Leben lang für immer begleiten. Und die wird mich immer auch an diese Phase erinnern, wo ich nicht mehr in den Tag hineingelebt habe, sondern mein Studium absolviert habe, mein Leben in den Griff bekommen habe. Eine phänomenale, nischige Designer-Duft-DNA. Mein zweiter Signatur-Duft La Nuit de L'Homme. Und auch die Frozen Cologne-Variante. Mein dritter Signatur-Duft war der Reflection Man von Amouage. Das war für mich der Start in die Welt der Nischenüfte. Auch hier den Duft habe ich bei YouTube entdeckt, bei amerikanischen Duft-Youtubern. Der wurde übrigens sehr oft mit Lemal verglichen. Und ich bin extra nach Köln gefahren, weil in Koblenz, wo ich damals gewohnt habe, gab es keine Nischenüfte. Ich konnte ihn nirgendwo testen. Und dann war ich in einer Kölner Parfümerie, die hieß Goldkopf. Und ich weiß noch, wie ich ihn zum ersten Mal gerochen habe. Das hat mich umgehauen. Das hat mich total umgehauen. Ich dachte mir, wie schön, wie rein, wie sauber, wie edel, wie hochwertig. Keiner in Duft riechen. Reflection Man riecht pudrig, sauber, blumig, leicht würzig und hat auch eine metallische Note. Das wirkt für mich einfach selbstbewusst. Das wirkt fokussiert sein. Und deswegen wird mich dieser Duft auch immer an die Zeit erinnern in meinem Leben, wo ich im Leben angekommen bin. Wo ich wusste so langsam, was ich will und was ich nicht will. Wo ich wirklich es geschafft habe, die Kurve zu bekommen, das Beste in mir irgendwie zu entfachen. Mein dritter Signaturduft. Reflection Man von Amourage. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich meinen Signaturduft finden? Also wenn du ihn schon gefunden hast, dann freue ich mich für dich. Aber wenn du noch auf der Suche bist, dann gebe ich dir meinen Tipp. Löse dich von dem Gedanken, dass es einen einzigen Duft für dich geben muss. Weil wir leben in einer Welt mit hervorragend tausenden von fantastischen Düften, die einfach nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Wie meine Geschichte dir vielleicht gezeigt hat, sind es vielleicht Lebensumstände. Es ist der Zufall oder eine neue Lebensphase, die dazu führt, dass man von einem neuen Duft angezogen wird. Und durch diese drei Düfte, durch meine Signaturdüfte, habe ich auch herausgefunden, was ich mag. Ich mag Kardamom, Bergamotte. Ich muss es immer wieder erwähnen. Ich mag Vanille. Ich mag Tonkabohne. Ich mag süßliche, stylische, süßliche Düfte. Ich mag würzige Düfte. Leicht orientalische Düfte. Ich weiß aber auch, was ich nicht mag. Ich mag keine grünen Noten. Ich mag keine pfeffrigen Düfte, keine rein holzigen Düfte. Und ich mag auch keine rauchigen Noten. Und wenn du mit der Zeit merkst, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, den passenden Duft trägst, dann wirst du es spüren. Und es ist total egal, was andere Leute sagen oder schreiben. Das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst. Bleib offen. Seid ihr bewusst, dass das Leben immer neue Phasen mit sich bringt. Und eine neue Phase kann auch eine Chance für einen neuen Duft sein. Denn es gibt nicht das Patentrezept, den einen Duft zu finden. Auch wenn es so leicht ist, das zu versprechen und euch zu verkaufen. Aber mit Offenheit, mit Geduld und mit Spaß an der Sache bin ich mir ganz, ganz sicher, dass jeder von euch seinen passenden oder seine passenden Düfte finden kann. Habt ihr schon euren Signaturduft oder eure Signaturdüfte gefunden? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Was ist eure Geschichte? Ich habe auf jeden Fall Lust, es zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.